Musik Der Krefelder Pottbäckermarkt am 1. Mai-Wochenende fand wieder großen Anklang. Viele Interessierte aus Krefeld und Umgebung kamen um das Angebot und die Vielfalt der dargebotenen Keramik zu entdecken. Musik Die Keramikkunst hat in Krefeld lange Tradition. Den Markt gibt es seit 22 Jahren, es ist jetzt die 22. Veranstaltung vom Pottbäckermarkt. Wir haben ja ca. 88 bis 100 Aussteller jedes Jahr. Krefeld hat ein traditionelles Pottbäckerhandwerk, es gibt hier ein Pottbäckerdenkmal, es gibt hier eine Schöpferstraße. Also es ist ganz urtümlich aus Krefeld gekommen, es gab früher die Werkkunstschule, bei der sie auch dann das Handwerk lernen konnten. Wir haben hier die Hochschule in Krefeld mit Keramikdesign und von daher war das eigentlich für uns auch authentisch und selbstverständlich, diese Tradition aufzunehmen. Keramikbegeisterte kamen auf den Pottbäckermarkt auf ihre Kosten. Musik Also es gibt hier immer die Keramik von Modernen über Tradition bis zum Kunsthandwerk, bis Porzellan zu entdecken. Unser Motto ist immer, wenn irgendjemand irgendwo Porzellan zerscherbelt worden ist, dann kann er hier immer wieder vieles Neues und Innovatives finden. Musik Musik Wie so ein Meisterstück entsteht, erklärte uns Keramikkünstlerin Nicola Kimena, die zum 15. Mal am traditionellen Markt teilnimmt. Musik Das Gefäß wird aus einem Klumpen gedreht auf der Töpferscheibe, da habe ich einen großen Klumpen, der wird zentriert, aufgerissen und die Schale gedreht. Und nach einem, auch nach ein paar Stunden oder im Sommer geht es schnell, wenn das Gefäß angetrocknet ist, wird der Boden bearbeitet. Und beim Dekor lege ich erstmal mit dem Ritzwerkzeug verschiedene Flächen fest. Ich teile das Gefäß grob ein in diese Art, wie es dekoriert werden will. Hier oben ist, hier außen ist die Landschaft der Blumen insgesamt und hier sind wie eine kleine Ahnengalerie, sieht man jede Blume, die sich einzeln vorstellt. Und dann bemale ich das aus Farben, die ich selber herstelle. Das sind Engoben, die ich mit Farbkörpern versehe und dann frei mische. Und das Schöne ist, dass ich nach so vielen Jahren auch Berufserfahrung jedes Mal wieder ganz gespannt bin, wenn ich den Ofen ausräume. Musik Ob handgefertigte Töpfetassen oder Kunstobjekte, der Kreativität wird zur Freude der Besucher keine Grenzen gesetzt. Musik 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 Musik